So Leute, heute essen wir einen Baba Teller mit Krispy Chicken, gebackenen Käsesalat, Sucuk, Dönerfleisch, Baba Teller. Fangen wir an. Das ist toll. Aber als wir jetzt in der Drumwerf machen, was wir nicht so machen, ich war wirklich sehr, kchaulisch. Es war einfach so sehr, sehr, sehr schön. Das ist toll. Ja, das ist toll. Ich habe schon auch wirklich viel Spaß. Und das ist mir da so viel dazu gemacht, und man kann es diese Eifung haben. Das ist ganz schön. So ein paar Pläneen, Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Saftig. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute, das war's. Mehr geht nicht, mein Bauch ist voll. Also abonniert den Kanal, folgt uns und liked die Videos. Küsschen, küsset ihr Herzen. Vielen Dank.